Alephiten oder sind Mitglieder einer vorwiegend in der Türkei beheimateten islamischen Glaubensrichtung, die auf das 13. 14. Jahrhundert zurückgeht und mit dem Zuzug von turkmenischen Stämmen nach Anatolien entstand. Eine Beziehung zum schiitischen Islam lässt sich über Ismail I. herstellen. Die Mehrheit der für Sunniten und Schiiten geltenden Verbote und Gebote aus dem Koran werden von den Alephiten nicht befolgt. Die Konfession bzw. Religion an sich wird als Alevitentum oder seltener Alephismus bezeichnet. Alephiten wurden früher, insbesondere im historischen Kontext der Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts als Kizilbasch bezeichnet. Diese Bezeichnung ist heute eher außer Gebrauch gekommen. Diese türkischen Alephiten sind nicht identisch mit den gleichnamigen Alawiten in Syrien. Die in der Türkei auch arabische Alephiten genannt werden und früher als Nusserie bezeichnet wurden. Das Wort Alevi kann im türkischen als synonym zu Schiit angesehen werden, bezeichnet meist aber, und im nicht türkischen Schrifttum so gut wie ausschließlich die im vorstehenden Absatz dargestellte Gruppe. Historische Entwicklung Über Ursprung und Charakter des Alevitentums gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die vorherrschende Meinung tendiert dahin, dass es sich um eine Glaubensrichtung innerhalb der Schia handele. Alephiten werden dann als eine Denomination der schiitischen Muslime klassifiziert, da sie wesentliche Glaubensinhalte der Zwölfer ihr über Ali und die sogenannten 14 Unfehlbaren akzeptieren. Von orthodoxen Sunniten werden die Alephiten meist zu Gruppen der Gulad eingeordnet. Der iranische Revolutionsführer Ajat Olaru Olaq-Omeni bestimmte die Alephiten in den 1970er Jahren als Teil der schiitischen Gemeinde. Mitunter wird auch eine Beziehung zum Zoroastrismus behauptet, die sich historisch aber kaum belegen lässt. Überdies sind unter den Alephiten mehrere Richtungen zu erkennen, die der Schia unterschiedlich nahestehen. Das wichtigste historische Ereignis für das Bewusstsein der Alephiten als Schicksalsgemeinschaft ist die Schlacht von Kerbela am 10. Oktober 680, welche die Gruppe kollektiv als Unrecht gegen sich wahrnahm. Im Zuge der Nachfolgestreitigkeiten spaltete sich die islamische Urgemeinde in mehrere Gruppen. Die heute bekanntesten sind die Sunniten, die für Abu Bakr als rechtmäßigen Nachfolger plädierten, und die Schiiten, die sich dem entgegenstellten. Die Alephiten kann man weit gefasst in den schiitischen Kontext einbetten. Konkretisiert hat sich die alevitische Auffassung im 13. Jahrhundert aus der Verschmelzung der Schia in Gestalt der Verehrung von Al-Ibn Abi Talib mit der mystischen Interpretation des Korans. Diese Entwicklung wird vor allem auf Haji Bektasweli und weitere Geistliche zurückgeführt. Unter Drückung unter den Osmanen wurden die Alephiten als Herr Ethiker verfolgt, insbesondere, weil sie sich 1514 mit den iranisch-safavidischen Schahs gegen die Osmanen verbündeten. Im 16. Jahrhundert führte der aus dem Sivas stammende Dichter P.I.R. Sultan Abdal Alevitische Aufstände für Gerechtigkeit und Glaubensfreiheit gegen die Osmanen an. Diese schlugen die Aufstände blutig nieder und hängten P.I.R. Sultan Abdal, der bis heute hohes Ansehen unter den Alephiten genießt. Wegen der Unterdrückung und der bedrohten Lage der Alephiten unter der sunnitischen Mehrheitsgesellschaft kam es im Laufe der Zeit immer wieder zu Blutigen Aufständen Erst seit der Gründung der modernen Türkei genießen sie in Teilen Glaubensfreiheit. Die Mehrheit der Alephiten unterstützte den von Kemal Atatürk verordneten Laizismus, weltlichen Rechtsstaat und die Demokratie. Die alevitische Bevölkerungsgruppe war eine der tragenden Kräfte bei der Gründung der türkischen Republik, weil sie sich insbesondere durch die Abschaffung der sunnitischen Rechtsordnung und die Einführung des Laizismus mit der Trennung von staatlichen und religiösen Angelegenheiten eine Gleichberechtigung mit der sunnitischen Glaubensrichtung erhoffte. Verbreitung Die Anzahl der Alephiten ist nicht exakt feststellbar, da keine verlässlichen Zahlenangaben vorliegen und viele Alephiten sich nicht öffentlich zu ihrem Glauben bekennen. Zudem wurden einige Alephiten assimiliert. Trotz der universalistischen Rhetorik kennen alevitische Gemeinschaften nicht die Möglichkeit der Konversion zum Alevitentum. Die etwaige Zahl reicht von weniger als 10 Millionen bis 25 Millionen weltweit. Alevitische Gemeinden sind in Zentral-Anatolien sowie in Thrakien konzentriert, speziell in einem Gürtel von Schorum im Westen bis Mus im Osten. Die einzige Provinz innerhalb der Türkei mit einer alevitischen Mehrheit ist Tunceli. Insgesamt gibt es 4382 türkische Orte, in denen Alephiten mehr als 50% der Bevölkerung stellen. Davon sind 3929 Dörfer, 334 konfessionell gemischte Dörfer, 92 Städte, 16 konfessionell gemischte Städte, 9 alevitische Kreishauptstädte und 2 alevitische Provinzhauptstädte. Von den geschätzt 12,5 Millionen Alephiten wurden 2,9 Millionen assimiliert. Beginnend in den 1960er Jahren sind viele ländliche Alephiten in die großen Städte der westlichen und südlichen Türkei sowie nach Westeuropa ausgewandert und sind daher stark urbanisiert. Die Federation of Alevite Unions in Europe bildet eine alevitische Interessenvertretung in Europa. Die meisten Alephiten sind Türken und Turkmenen, eine Minderheit sind Kurden oder Sasa, andere wiederum sind Aserbaidschaner. Außerhalb dieser gibt es auch Gemeinschaften in einigen Regionen iranisch-Aserbaidschans. Die Stadt Elchitschi, welche sich 87 Kilometer südwestlich von Tebritz befindet, ist fast gänzlich von Alephiten bewohnt. Auch in Griechenland gibt es eine einheimische, etwa 3000 Personen umfassende alevitische Gemeinschaft in West-Trackien. In Bulgarien gibt es mehrere 10.000 Bektaschi Alephiten, die dort Aljane und Kizilbashi genannt werden. Weiterhin leben auf Zypern ebenfalls alevitische Minderheiten. Allgemeine Glaubensinhalte Der alevitische Glaube ersetzt die sogenannte Allah-Mohammed-Beziehung des Sunnetentums durch die Allah-Mohammed-Ali-Philosophie. So wird beim alevitischen Glaubensbekenntnis an die Schahada das Ali-Walli-Juh-El-Aha-Ali ist der Freund Gottes hinzugefügt und viel über die Beziehung dieser drei gesungen. Jedoch stellt letztere keine Trinität wie die des Christentums dar, sondern vermittelt vielmehr eine mystische Lehre. Das Ziel des Lebens im Alevitentum ist es, die Erleuchtung bzw. Vollkommenheit, den sogenannten Aul in San Al-Kamil, zu erreichen. Diesen erreiche man, wenn man sich an die Regeln der vier Tore, 40 Pforten, die vom Koran inspiriert wurden, hält und dabei Nächstenliebe, Geduld, Bescheidenheit und andere gute Werte zeigt und im öffentlichen Leben anwendet. Strömungen im Alevitentum Zur Frage des Modernismus gibt es drei Strömungen. Der Gruppe der modernen Aleviten ist bewusst, dass das Alevitentum nicht so wie vor mehreren Jahrzehnten in türkischen Dörfern praktiziert werden kann. Statt einer Isolierung vertreten diese Aleviten die Öffnung hin zur Gesellschaft, beispielsweise durch die Forderung, den alevitischen Glauben gesetzlich anzuerkennen und eigenen Religionsunterricht erteilen zu dürfen. Nach dieser Ansicht ist das Alevitentum eine Religion unter vielen in einer multireligiösen Gesellschaft. Und es ist deswegen auch selbstverständlich, dass Menschen dem Alevitentum beitreten können. Diese Gruppen stehen in Nähe zum Kemalismus. Die andere Gruppe will das ursprüngliche Alevitentum bewahren und lehnt jede Modernisierung ab. Diese Gruppe steht in politischer Unterstützung durch islamisch geprägte Interessengemeinschaften. Zur Frage der Zugehörigkeit zum Islam lassen sich im Alephismus derzeit fünf Strömungen feststellen. Eine Gruppe von Aleviten sieht sich in erster Linie als Muslime und das Alevitentum als Teil oder in der Nähe des Sunnitentums. Sie versuchen deswegen auch eine Annäherung an den sunnitischen Islam zu erreichen, indem sie z. b. neben dem Cem-Gottesdienst auch das sunnitische Gebet in einer Moschee verrichten. Diese Gruppe steht in gutem Kontakt zum türkischen Nationalismus und wird beispielsweise durch die Cem-Stiftung von Ezzetin Dogan vertreten. Eine Gruppe, die den Alephismus als eigenständige Spielart des Islam sieht, betont die Zugehörigkeit zum Islam, aber die Opposition zum Sunnitentum. Diese Strömung findet sich etwa in den Verbänden und Vereinen weiter verbreitet, die in der Federation of Alevite Unions in Europe repräsentiert sind. Eine Gruppe sieht den Alephismus als völlig eigenständige Religion, die nur durch den Islam beeinflusst wurde. Ähnlich wie das Christentum vom Judentum beeinflusst wurde, ohne deswegen eine Strömung desselben zu sein. Besondere Ausprägung erhält diese Ansicht beispielsweise in der Isikselik-Bewegung. Eine Gruppe, die sich auf eine vorislamische Wurzel des Alephismus als Religion der Kurden beruft. Mit einer Nähe zum Zoroastrismus und an Naturheiligtümern orientierter Volksreligiosität. Diese Gruppe steht in Nähe zu kurdischen Unabhängigkeitsbewegungen und ist unter der Cem Alephiten verbreitet. Eine andere, relativ kleine Gruppe sieht den Alephismus in der Nähe der Zwölfer-Schiitischen Orthodoxie. Sie wird von der Islamischen Republik Iran unterstützt. Damit spiegeln sich besonders im Alevitentum die ethnischen, politisch-nationalistischen und religiösen Konflikte des Nahen und Mittleren Ostens. Alephiten sind in der Türkei wie in der europäischen Diaspora vertreten, doch herrschen politisch und religiös verschiedene Orientierungen vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017